ARD Text im Auftrag von Funk Ja, ich möchte mal heute über meine Probleme mit YouTube reden, ja Ist mir irgendwie auch wichtig, weil ich meine, ihr seid meine Community, ich habe auch so gesehen halt Fans Ich glaube, viele interpretieren Fans einfach total cringy und einfach anders, aber man sollte sich einfach nicht für schämen, ein Fan zu sein, ganz ehrlich Ja, fange ich mal direkt an, so mit den Problemen, die ich aktuell habe Erstmal, mir fällt es einfach total schwer, mich weiterhin aktiv zu sein, weil mir fehlen einfach die Ideen Und mir fehlt auch immer die Motivation Ich meine, ich höre zum Beispiel öfter so von Felix, ey Digga, also von Flex, mach einfach durch, nimm mir was auf oder so Oder irgendwie PvP-Dojo Und, ähm Ja, dass ich einfach weitermachen soll, aber ich, keine Ahnung Ich habe keinen Bock über irgendwelche Mainstream-Sachen zu reden, die ich mal gesagt habe zum Beispiel Oder einfach nichts so richtig langweilig was zu machen Ich meine, ich möchte mit meiner Community interagieren in dem Video, ne Ich denke mal, es ist klar Und, ähm, jedenfalls ist es auch so ein Problem einfach, weil, wisst ihr Und generell, äh, ich habe einfach voll das Problem mittlerweile aktiv zu sein Die Daily Upload ist so schwer mit meinem, mit meinem Abitur, was ich aktuell jetzt mache Also, ich bin halt jetzt im ersten Jahr erst, aber trotzdem Es ist einfach echt nicht einfach Man hat halt auch so Privatleben, ne Ich meine, ich gehe oft raus und, äh, habe meine Freunde auch und so Und, ähm, ja, da kommt das nächste Thema Freundin Ja, der Frosch ist vergeben Falls es wer schon auf Instagram oder Twitter gesehen hat Meine Güte Ähm, ja, das ist halt auch so ein Ding, ne Also, ich werde jetzt nicht YouTube quitten, damit das klar ist Es steht ein richtig fettes Projekt bevor Mit lieben Flags Ähm, vielleicht kann sich der ein oder andere es schon denken Aber es wird krass, Leute Und diesmal Real Talk Mache ich dann, äh, machen wir das wirklich zusammen Und ziehen das durch Infos kommen bald Und wer jetzt sagt Server Fickt euch Nein Wird was krasses auf jeden Fall Und, äh, ja Bezüglich Endfight Ich habe wirklich keine neuen Infos Damit das nochmal gesagt ist Und, äh, Leute Die, irgendwann die Verlosung Von Weihnachten Kommt immer ein Online-Wand-Schmock habe Die PSC habe ich aufgelöst Habe ich den, äh, Gewinner Angeschrieben Und, ähm Ja, jetzt wollen wir schon welche sehen Dass ich einen Beweis habe Aber jetzt aber gerade keinen Deswegen, Bruder, muss los Ich hoffe, ihr vertraut da mir einfach Und, äh, ja Wie gesagt Die, äh, Auflösung kommt bald Und ich bin auch in letzter Zeit Nicht so aktiv Was Zocken betrifft Und TeamSpeak Also entschuldigt mich das alles, ja Und streamen es auch bald wieder Halt je nachdem, wie ich Bock habe Deswegen mache ich YouTube Ich zwinge mich ja zu nichts Und, ähm, ja Wie gesagt Ich habe auch Bock auf Real Life Auf Vlogs und so Krab Aber, keine Ahnung Irgendwie bin ich schon noch Zu faul Und dann vergesse ich es immer Jedenfalls Wenn ich das Video aufleben möchte Ich gehe gleich noch was raus Mit einem Kollegen Bei Minus Sieg Grad Bruder, muss los Willkommen in Köln mittlerweile Ähm, vielleicht nehme ich was auf Wir fahren ein bisschen mit Roller rum Vielleicht zu Meckes und so Und machen auch noch ein paar Picks Und ja Leute, jedenfalls Bin ich gehypt auf die Zukunft Lasst gerne ein Abo da Lasst gerne ein Like da Um mich zu motivieren Und lasst die Glocke an Äh, macht die Glocke aktiv Und dann verpasst ihr hier nichts mehr Auf jeden Fall Ansonsten Wann die Videos kommen Wenn ich was hochlade Immer 19 Uhr Damit das klar ist Zwischen 18.30 Uhr oder 19 Uhr Meistens aber immer 19 Uhr Damit das nochmal klar ist Und, äh, ja Auch damals war so ein Problem Wo ich damals in die Unique gegangen bin Dachte ich mir so Geil, endlich ein Netzwerk so Man kann ein bisschen Cash verdienen So, nur abgehoben Einfach so ein bisschen Mit Taschengeld Wisst ihr Einerseits hat man noch so Musikrechte Einerseits ist man einfach Abgesichert noch Für mich Weißt du Man hat irgendwie so gewisse Vorteile Ja, man hat neue Connections Seitdem ich in die Unique Damals beigetreten bin Ganz ehrlich Habe ich mich irgendwie Voll gezwungen gefühlt Videos zu machen Deswegen bin ich eigentlich Auch eher froh Dass ich da raus Äh, bin Also ich bin da Rausgeflogen Wie ganz viele andere Leute Weil wir nicht so aktiv waren Und noch nicht so groß Weil die, äh YouTube-Richtlinie geändert hat Und so, blablabla Finde ich voll okay Und ich bin damit wirklich zufrieden Und ich mein, äh Seitdem geht's mir auch Wirklich viel besser Seitdem ich diese Videos jetzt hier aufnehme Und ja Grüße gehen raus An den Totally Ist das richtig? Totally Ich kann's ja Totally Grüße gehen an dich raus Und, ähm Wenn das wer von Sky Potion sieht Ich will endlich Potion-Richter haben Alter Das wär richtig ehrenhaft Ansonsten stehen noch Videos Die nächsten Tage an Äh, coole Updates Auf ein paar Servern Nerux hat ein Reset angekündigt Und, jedenfalls Wären wir da alle noch Äh, von hören Und vorbeischauen Und wie auch immer Ansonsten, bleibt aktiv Naja, ihr kennt meine Uncut-Videos Manchmal Ich ne eigentlich so Man kann's nicht geben Ja, einer setzt nicht Aber einer setzt schon Aber mir fehlen einfach Echt leider immer noch Die, äh, äh, Dinge Wie ich das besser machen kann Frischen Schnittprogramm und so Ansonsten lasst ein Like da Wenn's euch gefallen hat Einfach mal ein chilliges Video Und, äh, ja Hab jetzt auch mal Wieder ein bisschen gelabert Ihr wisst alle Bescheid Und, wir sehen uns Zum nächsten Mal wieder Peace out Euer Luke Ciao